Was ist eine Telefonkonferenz? Eigentlich sehr einfach zu beantworten. Telefonkonferenz ist eine Konferenz am Telefon. Das Wort verrät es schon. Jetzt müssen wir das natürlich noch in der Prüfung ein bisschen ausschmücken. Das bedeutet mehrere Teilnehmer sind zeitgleich über Telefon verbunden und können auf diese Art und Weise ein Thema besprechen. Können so ein Thema besprechen. Das ist eine Telefonkonferenz. Viel mehr kann man dazu zunächst mal nicht sagen, wenn die Frage heißt, was ist, wenn, und das habe ich in einem anderen Video erläutert, die Frage lautet, was sind die Vorteile? Dann kann man natürlich ein bisschen mehr noch schreiben und so würde es wahrscheinlich auch in der Prüfung gefragt werden, was sind denn die Vorteile? Nun, das geht sehr schnell und ist sehr kostengünstig. Das sind die Vorteile. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.